Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer bzw. Gravel Pit LP. Jo, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hab ein bisschen was über die CT-Seite für euch und noch ein bisschen was anderes. Machen wir aber erstmal die CT-Seite. Ihr seht schon, Folge 25, Mauer! Shin-Geki no Kyojin ist zu Ende gegangen am Wochenende. Die letzte Folge lief in Japan. Die letzte Folge ist nur noch von Shin-Ora-Rete gesuppt und hier natürlich im Stream bei uns verfügbar oder eben beim Download auf Shin-Ora-Rete. Leute, mir ist zu Ohren gekommen über Atom, dass jemand Probleme hatte mit dem Player hier. Der hat gesagt, das stockt dauernd, wenn man das abspielt. Das hatte ich auch. Wir haben bisher leider noch keine andere Möglichkeit, das irgendwie besser zu machen, aber ihr könnt dieses Problem ganz einfach umgehen, indem ihr einfach vorladen lasst. Also das haben vielleicht einige von euch auch herausgefunden, aber da ich glaube, dass das eventuell mehrere Leute haben das Problem, habe ich gedacht, sage ich das auch nochmal kurz, bevor wir zum anderen Kram kommen. Also einfach draufdrücken und dann lasst er das laden und wenn es dann vorgeladen hat, dann können das wunderbar durchgucken. Ist zumindest bei mir so. Ich habe es ausprobiert, bei mir läuft es dann wunderbar. Wenn ich das vorladen lasse, kann ich das wunderbar so durchgucken, ohne Probleme. Also wisst ihr Bescheid, Folge 25 ist auch draußen von Shin-Geki. Ihr findet hier alle Folgen. Die ersten drei Folgen sind im Stream verfügbar und die letzten drei jetzt auch. Eigentlich wollten wir nur die letzte machen, aber ja, mein Gott, jetzt sind die letzten drei irgendwie eben da. Und ansonsten bei Shin-O-Rarete könnt ihr da natürlich gucken, ist auch keine Frage. Und hier natürlich würde ich bei der ersten irgendwie anfangen, bei der ersten Folge. Ja, dann das also allgemein mit dem Player noch. Dann allgemein Anime, habt ihr vielleicht gesehen. Ja, hier, wir haben Pupa, das, was ist das? Kyou-Kai-No-Kanata, Log Horizon. Da musste ich im Übrigen pfuschen. Das hier vorne ist ja ein Hiragana. Da gehört eigentlich ein Katakana hin. Aber wenn ich Katakana-RO mache, dann hat er da irgendwie, das kennt er nicht. Keine Ahnung, warum er das nicht kennt. Und BlazBlue Afterstory, so. Die werden auch nach und nach kommen. Da sind, glaube ich, auch welche von der Winter Season irgendwie schon dabei. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, Log Horizon startet jetzt bald, soweit ich das weiß. Pupa sollte auch jetzt irgendwie im Oktober starten. Werden, denke ich, auch mal interessante. Gerade Log Horizon finde ich sehr interessant. Können da auch gucken, wenn das Video nicht schon wieder rausgenommen worden ist. Ne, ist es noch nicht. Ja, können da auch gucken. Den Trailer haben wir hier auch verlinkt. Und ja, dann allgemein wollte ich nochmal ganz kurz auf die Artikel eingehen. Ja, hier, Artikel. Neuester von The Rockdown. Sven habe ich gestern mitgesprochen. Der hatte das voll verrafft, am Montag da zu schreiben. Der reicht den aber noch nach, hat er gesagt. Wollte er eventuell heute machen. Und heute haben wir dann ja auch von Kray wieder einen Artikel. Also Artikelwoche läuft eigentlich ganz gut. Ich bin auch sehr mit der Beteiligung zufrieden. Also ihr könnt natürlich immer gerne Kommentare schreiben, Bewertungen abgeben hier auf der Seite. Alles überhaupt kein Problem. Streams & Friends haben wir im Übrigen jetzt auch Athene Live dabei. Ja, die hatte ich angeschrieben. Und er sagte, ja klar, warum nicht? Und CountryLP ist oft online. Athene ist eigentlich ja auch irgendwie jeden Abend immer online. Und hier die vier, die sind auch immer mal wieder online. Könnt ihr also auch immer mal wieder reingucken. Ja, das soweit zur TeamTT-Seite. Im Forum wird sich auch noch ein bisschen was ändern. Da werde ich gucken, dass ich das jetzt mache. Ich wollte das schon längst gemacht haben. Atom köpft mich bestimmt schon wieder. Ich wollte das schon längst gemacht haben. Das werde ich jetzt die Woche noch in Angriff nehmen. Und ansonsten ist auch noch so ein bisschen was geplant. Ich habe da wieder eine neue Idee gehabt irgendwie so. Und ja, mal gucken, mal gucken. Ansonsten wollte ich noch sagen, ganz nebenbei, wer interessiert ist an, ähm, was ist das, äh, Sword Art Online, Essel World, Steins Gate oder One Piece Karten, ja? Also One Piece Deutsch, aber die anderen japanische Karten, ja? Wer daran interessiert ist, der kann mir ganz einfach mal eine E-Mail schreiben an, äh, die E-Mail-Adresse, die ich eingeblendet habe. Ich wollte da nämlich mal ein paar loswerden und irgendwie verkaufen eventuell. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch mal melden. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt die TeamTT-Seite soweit. Und, äh, was ich, ja genau, das könnt ihr mir, wenn jetzt überhaupt noch jemand zugehört hat, könnt ihr mir auch noch mal in die Kommentare schreiben, was ihr bisher so von den Änderungen haltet, ne? Also das Artikelsystem läuft ja jetzt schon eine Woche. Was haltet ihr vom Artikelsystem? Ich hatte das im Soundlog schon mal gefragt, aber da kam nicht so viel Feedback. Ja, was haltet ihr von dem Artikelsystem? Was haltet ihr von der Anime-Sache? Was haltet ihr von der Streams-and-Friends-Sache? Ähm, habt ihr vielleicht noch Ideen, was man noch machen kann? Wir haben ja auch noch Arcade hier drin. Downloads ist jetzt nicht so viel. Kalender geht auch, ne? FAQ, da findet ihr im Übrigen auch immer recht hilfreiche Sachen. Sachen, die ich oft gefragt werde. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, hier kommen auch noch mal Cookie-Clicker. Oh, guck mal. Ja, da habe ich direkt noch mal geklickt. Für 154 Sekunden geht es ab. Das ist eine neue Time Machine. Hier muss ich bald kaufen. Naja. Nun gut, ähm, bis zum nächsten Mal. Euer Table Tennis Gravel Pita. Tschüss. Tschüss.